Willkommen wieder bei Star Wars Battlefront, mal wieder eine Runde, ist wieder jetzt ein bisschen länger her und dann dachte ich mir, kann man ja machen, wir starten direkt mit dem Flugzeug, oh mein Gott, ich muss mein Gamepad aufwickeln. So, willkommen bei Star Wars Battlefront, mal wieder eine Runde, Wolkenstadt, spielen wir hier, Kampfläuferangriff, den Modus. Oh shit, okay, ich habe ganz vergessen, in dem Moment, wo ich geflogen bin, dass dieses Ding einfach innerhalb Sekunden stirbt, weil das nichts aushält, guckt euch das an. Habe ich den Kill leider nicht bekommen, aber es fällt trotzdem schnell um, ich muss da schnell rein. Verteidigen, okay, warum sehe ich denn keine Gegner, wo sind die denn? Ist da drinnen, ah, da drinnen kann ich ja auch aktivieren, ja, dann helfe ich da mal mit. Einer unserer Informanten hat Boba Fett in eurer Sektor gesehen. Braucht jemand Leben hier? Ich mache mir mal selber ein kleines Schild. Als ob, hä, wird nämlich gewonnen, one-hitted die Scout-Pistole, nee, ne, Scout-Pistole one-hitted doch nicht, oder? Oder, Leute, ich hatte sogar das Schild drin, ich war one-hit, one-hit, Mann, okay. Nicht aufregen, immer Ruhe bewahren. Ich muss echt öfter Battlefront spielen, damit ich immer in dem Rhythmus bleibe. So, den haben wir. Ähm. Ich gehe mal hier rein. Okay, 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 stopp, 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 stopp. Aktivieren. Spagter-Bombe. Brauche ich unbedingt ein bisschen Leben, ne? Da ist nichts. Okay, okay, kommt nur her, kommt nur her. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich verteidige das Ding auf Leben und Tod, Mann. Leben. Und sterben. Dinge, die man im Leben tut. Ja! Haben wir noch erwischt. Okay, ich mache ein Schild für dich. Wow. Warte, die machen hier immer Gift rein, ne? Was soll denn das? Den haben wir. Oder ist das Rauch? Einfach reinschießen. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Ah. Heißt das? Ah, nee. Das heißt, einer wurde aktiviert, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Okay. Okay. Moment, da draußen ist alles von der Explosion. Ich bleib mal hier drin. Fühle ich mich ein bisschen. Nein! Wie er da stand und direkt drauf gesch... Och, Mann, ich bin so ein Trottelü. Ach, Leute, ich bin schon ein kleiner Trottelü. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich bin doch zu weit geflogen. Geilo. Aber gleich ist mein Jetpack wieder ready. Einen Moment. Und hoch. Okay. Er ist einfach weggeflogen. In die Luft geflogen. Habe ich nichts mehr zu tun. Okay, okay. Mann, er lebt noch. Attacke! Ja. Als ob ich das überlebt habe. Als opi, opi in meinen Mundi. Als opi, opi. Leute. Was war das? Das war awesome. Das war echt ganz cool. Sorry. Das war nicht ganz cool, was ich gemacht habe. Also, irgendwie überlebt. Und dann... Ach, cool. Cool, cool, cool. Ja, die Streuung ist zu krass. Das bringt mir nichts. Bagda, bagda, bagda. Danke. Ah, ich liebe die Bombe. Oh, oh. Nein, 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 nein. Wird jemand Stress? Ist da oben noch die... Äh... Bam! Nein! Als ob! Ich wollte gerade mit meinen Exklusivschüssen da schön unten reinfeuern. Weil das bringt halt echt... Wir müssen ja dem Ding Schaden haben. Ich habe auch noch nie gesehen... Als ob man noch nie eine Runde gehabt hat, wo ich hier gewonnen hätte. Wirklich noch nie. Wie ich daneben schieße... Ich stehe vor ihm. Mann, bin ich kacke. Ich stehe vor ihm und schieße daneben. Das ist wieder ein trauriger Moment gerade in meinem Leben gewesen. Ach, Mann. Ich bin halt so aufgeregt, ne? Bei so vielen Gegnern. Oh. Puff. Na? So. Und weg mit dir. Ach. Und auf einmal ist er der Turm. Der A, T, S, T. Warum nicht? Und heilen. Als ob ich genau dann... Als ich mich heilen wollte, einen verdammten Orbitalangriff in die Fresse bekomme. Was habe ich denn für ein Glück? Das ist doch nicht normal. Ich glaube, das Spiel hat mich aktiviert. Ich gebe da mal hin. Einer muss das ja machen. Das ist echt bescheuert, dass man die so leicht töten kann. Also, ich finde es bescheuert. Es bringt zwar gut Punkte, ne? Was ist das? Ach, das ist Bubi. Oh, shit. Ich wollte gerade wegfliegen. Ich müsste an ihn rankommen und einen schönen Explosivschuss in seine Fresse. Das würde ihm richtig schön Aua machen. Mit dem EE-4-Ding, ey. Ich muss da nur näher rankommen. Verdammt. Verdammt. Moment. Einmal kurz warten. Das kann nicht sein, dass dann da der Sniper steht. Ah. I have a birthday. Ich wollte Bubafetti doch nur töten. Ey. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Ich bin echt schlecht. Ich bin gerade echt schlecht. Ich lasse mich von jedem und alles nervig und schlecht töten. Okay. Er fliegt einfach irgendwo gegen uns. Ah, ich habe ein Dings, sehe ich gerade hier. Das ist ganz gut. Okay. Ha. Ah. Ich brauche mal eine Granate. Mann, das kann nicht sein, dass ich überhaupt nicht gerade die Granate werfen sterbe. Das ist echt so. Ich habe echt Pech. Ist Bubi Fetti noch am Leben eigentlich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay. Ich habe sie verteidigen hier. Ah. Da drinnen müssen wir aktivieren. Ich bin alt und eingerostet. Ich bin alt und eingerostet. verteidigen, verteidigen, verteidigen. Ich gehe mal hier rein. Ich gehe mal hier rein. Hauptsache weg von diesem komischen fliegenden Raketen-Ding, was da eben auf mich zukam. So. Gutes Deutsch. verteidigen. Ich habe, verdammt, ich wollte das Ding nicht nehmen. Ich habe mich verklebt. Ich wollte meine Bacta-Bombe werfen. Naja. Bombazielerfassung abgeschossen. Das ist das Ende von Boba Fett. So. Dann schießen wir gleich mal mit auf den Ding. Naja. Ich will mich jetzt nicht töten lassen. Alter. Ciao. Als ob der so komisch sich dreht, dass er... Oh. Ich fliege nicht mehr in diesem Spül. Scheiß Spül. Hau, hau. Lass mich. Dann massiviert immer auf mich. Ah. Hallo Granate. Okay. 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 Jetzt wäre volles Leben wieder ganz gut. Bitte. Danke. Okay. Ich heile mich doch nochmal mit der Bacta-Bombe. Ach. Da hinten steht auch noch einer. Hey. Aber wie viele Bomber wir haben. Das ist gerade... Oh. Nicht die Konsole öffnen. Das ist gerade schön. Ich bräuchte irgendwas, um auf den Dings zu schießen hier. Auf den... Ich kann nicht mehr reden. Moment. Was bekommen wir? Ah. Eine Rakete. Okay. Okay. Ja. Ja. Tschau, ne? Fliege einfach in die Unendlichkeit. Wirklich in die Unendlichkeit. Ich sehe ihn aber nicht mehr weg. Wo ist er hin? Ich glaube, er wird nicht mehr wiederkommen, oder? Was blitzt hier eigentlich so? Deswegen wieder... Ich sehe den... Egal. Egal. Komm, wir gehen weiter. Attacke! Attacke! Pau! Okay. Das stand einfach alles neben mir. Aber ich wollte ein bisschen Schaden an dem Ding machen. Ich werde auch mal eine Runde gewinnen als Rebelli auf dieser Map. Ja? Und das ist gerade unsere Möglichkeit. Let me dreams come true. Oh shit. Oh shit. Er kommt einfach und gibt mir eine Schelle. Ich habe ihn einfach nicht gesehen. Er kommt einfach echt so... Bam! Alle wegrasiert. Oh, den LT von denen, der schirbt echt gut gerade aktuell. Das finde ich gerade richtig gut. One-Hit. Danke, danke. Ich werde echt nur One-Hitted heute, ne? Wo ist der? Wo ist der? Da war doch noch einer, oder? Ey, immerhin nicht die... Na, hatte wer für sterb ich noch. Ey. Ah, gut. Wir haben dich gewonnen, ey. Wir haben es gleich geschafft. Nister Shit. Wir haben es geschafft. Rebellen vor sie finden. Rebellen! 34 zu 18. Oh, damit haben wir die meisten Kills in der Runde gemacht, ne? Zwar oft gestorben, wie blöde, aber Kills, 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 Kills. Ach man, das war eine schlechte Runde eigentlich. Naja, ich hoffe, euch hat die Runde trotzdem gefallen. Wenn ja, ein Kommentar würde mich freuen, eine Bewertung würde mich mega freuen. Und wir sehen uns wirklich in einer vielleicht anderen Folge wieder. Bis dann und danke fürs Zusehen. Damit- t... 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 Vielen Dank.